Ja hallo zusammen hier ist mal wieder der Radek aus Minden an der Weser. Ich bin heute hier an Bahn 19, die ist genauer gesagt hinter mir ist der Korb 19. Denn ein Vereinskollege hat mich angeschrieben und gemeint, hey Radek, schau mal bitte nach. Ich habe heute eine Scheibe in die Weser geschmissen, die ist ungefähr 19 Meter vom Korb entfernt. Ich weiß nicht, ob in diese Richtung, diese Richtung. Mal gucken, da muss ich erst mal gleich suchen. Ich bin selber gespannt, ob ich die Scheibe finde, wäre natürlich schön. Ja, mal schauen. Also ich war schon da hinten, ich war da vorne und da sehe ich die Scheibe. Ich weiß nicht, ob ihr sie genauer sehen könnt. Da schimmert was Oranges ja durch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das da rausfischen kann. Ich glaube aber schon. Freut sich bestimmt wieder einer. Zum Glück so weit ist es ja nicht. Wie liegt die denn rum? Ah, sieh einer an. Das war ja schnell. Ein Kastaplast, ne? Fuck and road. Joa, das war's. Speise ich mal gleich wieder rein, und zu öben. So. Adios.